Hi, ich bin der Omar. Ich bin einer der Co-Founder von Haring Skin. Ich bin auch Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Wir werden gemeinsam ein wenig über PHP-Behandlung sprechen. Was sind die Vorteile? Was ist überhaupt eine PHP-Behandlung? Und ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen was mitnehmen könnt. Was sind die Vorteile einer PHP-Behandlung? Gerade nach der Sommerzeit haben wir intensive Sonnenschäden. PHP, also Plated Rich Plasma mit den Wachstumsfaktoren regeneriert die Hautzellen und reduziert Sonnenschäden. Für die Kopfhaut gilt das Gleiche. Wir verlieren an Kraft und Stabilität in den Haaren. Die Haare werden immer dünner und mit den Wachstumsfaktoren können wir dem entgegenwirken. Wir verstärken die Haarwurzelzellen, wir regenerieren die Haarwurzelzellen und stellt euch eine Pflanze vor, die Nährstoffe erhält, die mit Wasser begossen wird, die blüht viel besser. Und genau das Gleiche wollen wir auch mit den Haaren an der Kopfhaut erzielen. Das sind die Vorteile einer PHP-Behandlung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Es werden wahrscheinlich noch einige Fragen offen sein. Hinterlasst uns einen Kommentar und wir sehen euch dann bei unseren Beratungsgesprächen mit unseren Ärzten in unseren Kliniken.